Es ist etwas, was so viel Mehrwert bringt, mal neben den körperlichen Aspekten, also nicht nur Gemeinschaft, Community, Kommunikation, über Grenzen gehen, sich selber neu entwickeln, sich selber neu pushen und dann aus dem Kurs rauszugehen und sagen, ich habe mir das zugetraut, ich habe das geschafft, ich war mutig, ich habe was Neues ausprobiert. Das finde ich ist das Beste an Hit the Beat, dass der Impact auf die Leute so wahnsinnig groß ist. Ja, mein Name ist Tess, Theresa Trübenbach, ich bin seit über 15 Jahren ganzheitlicher Fitnesscoach und Ernährungscoach und beschäftige mich ganz, ganz viel mit dem Thema Bewegung, Ernährung und Mindset. Als ich das erste Mal Hit the Beat gesehen habe, dachte ich, geiles Konzept, damals noch eine Mischung aus den Breakdance-Elementen und der Fitness und dann später viel mehr Functional Training, sehr, sehr einfach umsetzbar, umsetzbar, in vielen unterschiedlichen Leveln umsetzbar, das heißt, so viele Leute konnten abgeholt werden, auch in diesem Moment ich, die das noch nie gemacht hatte. Das heißt, ich dachte wirklich einfach, aber super effektiv. Vor Hit the Beat habe ich viel Krafttraining gemacht, sehr, sehr statisch trainiert, hatte kaum mit Functional Fitness was am Hut, hatte Hit überhaupt nicht auf dem Schirm und habe mich eigentlich nur durch Lifting, wirklich isoliertes Krafttraining, auch freies Krafttraining in Form gehalten und hatte eben diese Art von Bodyweight Training überhaupt nicht auf dem Radar und war dadurch eben nicht unbedingt eingeschränkt in meiner Bewegung, aber eben nur in einem bestimmten Rahmen. Und das hat sich dann geändert, als ich diese Art von Functional Fitness für mich entdeckt habe. Und als ich dann Hit the Beat gemacht habe, also das funktionale Training mit dem eigenen Körpergewicht in diesem Hit-Bereich, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr viel aufs Laufband gehen musste, zum Beispiel, um Fett zu verbringen. Es reichte eine kurze Session Hit the Beat, um in diesen Ausdauer- und Fettverbrennungsbereich zu kommen, den ich eigentlich abdecken müsste, mit sehr, sehr anstrengenden Sportarten wie Ausdauertraining laufen, die mir persönlich keinen Spaß machen. Und dadurch habe ich eben eine Sportart entdeckt, die mir viel mehr bringt, weil sie viel mehr Spaß macht und auf meinen Körpertyp viel besser passt. Durch Hit the Beat habe ich dann gelernt, dass ich, was ich eigentlich vorher schon hatte, dieses Gefühl, über Grenzen zu gehen, das hatte ich schon ganz gut über das Krafttraining. Aber das Hit hatte nochmal ein anderes Level, wo ich gemerkt habe, du musst es ja weitermachen, bis die Musik vorbei ist, bis das Intervall zu Ende ist. Und an diesem Punkt war ich vorher nicht, ich habe vorher immer aufgehört, weil ich hatte ja das Instrument nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, die Musik hatte ich nicht, die mich treibt und die mir den Rahmen vorgibt. Das heißt, ich habe aufgrund der Musik von Hit the Beat gelernt, dass es total gut ist, etwas durchzuhalten, bis es zu Ende ist und darüber noch hinaus zu gehen. Das Beste an Hit the Beat, wenn ich jetzt als Trainer das ausspreche, ist, dass ich einen Kurs aufbauen kann, der enorm viel Wirkung hat. Er hat einen riesen Impact auf die Leute, die in meinen Kurs kommen. Es ist nicht nur eine Choreografie oder es ist nicht nur ein Ablauf von Übungen, ein Workout of the Day, sondern es ist etwas, was so viel Mehrwert bringt, mal neben dem körperlichen Aspekt, also nicht nur Gemeinschaft, Community, Kommunikation, über Grenzen gehen, sich selber neu entwickeln, sich selber neu pushen und dann aus dem Kurs rauszugehen und sagen, ich habe mir das zugetraut, ich habe das geschafft, ich war mutig, ich habe was Neues ausprobiert. Das finde ich ist das Beste an Hit the Beat, dass der Impact auf die Leute so wahnsinnig groß ist. 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 5, 7, 8 6, 8, 8 6, 8, 8 8, 9 9, 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10